gut es ist der vierte immerhin da fehlt jetzt noch einer welcher ist das habe ich da oben irgendeinen vergessen wo ist noch einer verdammt ich muss ja noch mal da hingucken nützt ja alles nichts wo ist denn der fünfte da ist doch nichts mehr da oben obwohl da ja die spieler bin mir nicht ganz sicher ob da was ist wo bin ich denn jetzt schon wieder immerhin bin ich wieder hier nein es tut mir so leid es ist es tut mir echt leid weil ich stelle mich ja echt an wie so ein weiß nicht wie nichts gute ist zum glück gibt es hier keine leben echt spinnen schießen ok das ist tatsächlich noch da warum den habe ich doch gehabt jetzt den habe ich doch definitiv gehabt oder was das war ehrlich den habe ich doch eigentlich den habe ich doch zum explodieren gebracht stehe ich nicht so ganz okay aber immerhin bin ich weiß ich jetzt dass das was wir alles haben mein gott das war eine schwere geburt dann machen wir die zweite mission gleich hinterher dann gibt es erst einmal ein ei und dann noch ein licht edelstein ich muss ja zwischendurch auch mal aufs handy gucken fällt mir gerade ein weil steffi wollte ja ankündigen wann sie kommt ich habe ein drachenei gefunden ich wette ein licht edelstein wäre der liebe und den holen wir uns jetzt auch ja ich wollte ja so zwischen zwölf und eins kommen es ist gleich elf aber wir haben noch ein bisschen zeit zum aufnehmen das ist das gute aber ich freue mich natürlich auch schon wahnsinnig verständiger ist ganz klar so haben wir hier oben auch stein also ist der gleiche bereich nur dass wir jetzt edelstein mehr zu holen haben äh nicht einen fünf klappt gut was ich hier mache bestimmte Sachen ansammeln kann man ja ruhig auch noch mit als wiedergutmachung brauche ich auf jeden fall ein paar edelsteine hier die dddd er schmeißt doch nicht immer so ein hammer von zehn wo haben sie die denn jetzt alle hallo wo haben sie die denn jetzt alle versteckt dann gehe ich jetzt natürlich erstmal ganz nach oben gleich klar tada alles wird nehmt oh der klappt ja hat geklappt und dann springt er wieder runter dann gehen wir erstmal ganz nach oben wäre da jetzt auf der anderen seite was gewesen ne ok ganz leicht hat es auch so ein bisschen allüren von medieval also zumindest ab und zu tschüss ok also hier waren jetzt bisher keine weitere alt ist ne oder ok ah ich bin hier ähm schon ein bisschen werfen so weiß aber auch nicht was das eigentlich bringen soll hier müssen jetzt aber einige sachen kommen ne oder es gibt tatsächlich noch einen weiteren bereich will ich auch nicht ausschließen ja oder ich stürze mich in die tiefe weil er sich diesmal wieder nicht festhalten will ich kann direkt rauf springen ich kann direkt rauf springen ok ok da oben ist wieder nur eins ist aber die gleiche anzahl an edelsteinen hier wie ich das so sehe so ah da unten geht es tatsächlich weiter da kommt noch ein weiterer bereich ok so ob das jetzt hier schaffen würde wäre es gut ha danke so jetzt warte ich auch ab das ist wirklich ein explodiertes Ding tut's ok ich möchte ganz gerne sehen was da unten ist und wo ich am besten hinspringen kann hat jetzt ab oh ich weiß noch nicht so ganz was da mit dem Ding hier soll aber wir machen das trotzdem mal dass wir hier wieder hingehen so dann kriegst du jetzt den auf den Kopf bitteschön was auch immer das bringen soll das hier unten noch irgendwo einer ist kann natürlich auch sein aber wieso habe ich jetzt erst vier war das nicht sonst schon fünf an dieser Stelle muss ja eigentlich ne ach da ist noch einer ok dann habe ich sie alle von vorhin ach da habe ich gar nicht lang anscheinend so schmeiß hin sehr gut so ok und alle fünf gut weiterer Bereich was kommt als nächstes ich sehe nix bomben ist gut hier unten ist einer habe ich gut gemacht ich habe tatsächlich das Teil zum explodieren gebracht das ist gar nicht schlecht war ein Teil auch so gewollt so der ist auch weg ja das ist bisher relativ simpel ja wo höre ich mir noch ne Spinne sabbern da ist noch einer ja so aha das ist halt auch noch mal in die Luft sprengen da ist noch einer sehr gut den noch mit den hier da fehlt hier nur noch einer so und der kommt hoffentlich hier oben ah die Wandsprung muss ich das zurückklettern oder was anscheinend ok da wird wohl noch was kommen hoffe ich mal ganz stark ah ich sehe sie ich sehe auf jeden Fall schon mal das Gedöns ach man ich habe gedacht ich muss da drauf springen wo bin ich denn jetzt ich sehe nix hier bin ich ok das ganze noch mal war doof von mir es hat sie doch nicht alle gespeichert ne den hat er genommen komischerweise steht das nicht so ganz das Teil ist noch das ist noch aufgespräch das ist komisch also manche Ereignisse bleiben und manche nicht so das haben wir auch dip 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 so ok die Kiste bleibt anscheinend auch eingesammelt es ist schon merkwürdig und wir haben auch noch einen Sparks was gut ist komm her treff doch mal einer da hinten ja ja gut eine haben wir schon mal erledigt ok das ist gut dann kann uns keiner mehr anschließen ja und ich wollte da unten auf die Plattform springen dabei muss ich hier hin ok bevor ich jetzt da das Ding kaputt mache sammeln wir noch ein paar Edelsteine ein und dann können wir gleich mit Spyro weitermachen das ist auch äh hab ich noch genug ähm wie kann ich das nachgucken ich hab noch sieben Bomben gut dann machen wir erst die kaputt gut gemacht oh sehr schön und den noch und äh den noch und dann haben wir es sag mal geht's noch ich bin zu doof ne ich klipp hier jetzt direkt ran so boah meine Fresse geht kaputt so gut gemacht ja relativ ich hab mir schon bessere Leistung erwartet ehrlich gesagt aber gut wir haben es wir haben den Lichtedelstein auch gekriegt und da haben wir jetzt anderthalb Parts dran verschwendet an dem Kack fast Lichtedelstein weißt du jedes Mal wenn ich was aus der Erde hole wird es da unten geräumiger für mich ja das war doch gut ähm ja ich denke äh nein ich bin hier raus ich bin raus hier äh Minispiel Minispiel beenden auf jeden Fall ich wollte da gar nicht rein sorry ich war grad abgelenkt weil ich hatte auf mein Handy geguckt ich hab ne Sprachnachricht von Steffi bekommen die kann ich natürlich jetzt schlecht während der Aufnahme abhören deswegen mach ich gleich äh bei 40 Minuten mal kurze Pause ja 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 so und da haben wir wieder einen und alles blüht wieder auf schön sehr gut oh ich brauch unbedingt Spark komm her komm her gut haben wir das auch da kam ich her hier ist zwei Richtungen welche Richtung kann ich denn oh äh rechts von mir ist ein kurzer Bereich nur den über hier rein hi von mir ist ein kurzer Bereich au au ja sehr schön schlimm ist es gar nicht ne so aha ist es aber doch nicht so ein ganz kurzer Bereich ähm normal doch das ist ja was heißt kurzer Bereich ja aber hier ist schon ne Art Sackgasse ja dann gucken wir uns immer hier um wisst ja alles nichts so zack ploms so da haben wir noch einen gedöhnt aha ja was will ich hier zum Beispiel hier drauf springen das war sehr gut hm ich glaub hier muss man noch irgendwas in Gang bringen irgendwie auch so ein Wasserrad wieder oder so oh ich hab gerade eben gesehen dass Sparks ja auch hier die Edelsteine wieder einsammelt das war eigentlich ganz schön aha ich hör hier was hier ist anscheinend irgendwo ein Edelstein den krieg ich aber so noch nicht wie es aussieht so kann ich von hier aus da rauf schweben denke ja aha ein Schalter sehr gut und vom Klang her ist da hinten auf jeden Fall so ein Edelstein aha dann schweben wir aber hier überall lang und da kann ich wieder so einen Teil kaputt machen tadaa ups und zack na komm weg ist er vielleicht hat das ja schon wieder was in Gang gesetzt ah hui so bestimmt wie die Atlantis was wieder an die Oberfläche kommt cool so ich könnte da nochmal nach sehe ich gerade aha naja immerhin da sind noch ein paar Edelsteine ne tja da geht es aber immer noch weiter wenn dann gehe ich in den Rundgang jetzt auch zu Ende hier ich sehe nix da ist gar nix drin hm okay zumindest sind hier keine Piranhas oder so da hinten sind irgendwie sind das Kugeln warte mal sind das Kugeln zum Schießen nein ich kann unter Wasser Feuer spreuen okay nee ich kann sie aber töten das ist gar nicht so unwichtig glaube ich nimm das doch mal mit ich irgendwie ist er nicht so der Beste im Tauchen ne so oh das sind Flaschen tatsächlich es gibt Flaschen in diesem Spyro Teil ähm das Teil hat mich erwischt scheiße ich konnte es nicht wegrammen also ich will mal eben unten im Wasser die Flaschen da kaputt machen ey das unter Wasser steuern ist so kacke ne auf deutsch gesagt okay es sind eigentlich nur Edelsteine oder gibt es hier noch mehr ist die große Frage das sieht ehrlich gesagt gerade nicht danach aus aber ich möchte zumindest die anderen beiden oder die drei was weiß ich noch was hier waren okay einmal den Wasserbereich komplett abtauchen es kann ja vielleicht auch sein dass hier ein Ei versteckt ist unter Wasser ich weiß es nicht so au ich wurde wieder getroffen von irgendwas wahrscheinlich von dir Arschloch so aber mehr scheint hier nicht zu sein gut hier Wasserohrfläche ähm ne die lassen wir noch in unserem Leben ich wurde gespeichert genau es wurde gespeichert tja was machen wir hier da ist ja was erschienen deswegen versuche ich nochmal eben da rauf zu springen vielleicht hat das was gebracht dass das da aufgeploppt ist so naja ich weiß hier ist was ah da kann ich auch noch rein sehe ich glaube das sollte ich auch noch mitnehmen okay tja was ist damit guck uns das mal ein bisschen genauer an vielleicht einmal rum und dann gucken ob man da rein kann ach der ist da gehe ich gleich hin ich habe den Edelstein gefunden ja jetzt kommen wir hier rauf soll ich hier mal den machen tatsächlich aber was hat es gebracht ist kaputt wie was Moment halt ähm wo geht es hier hin ist das eine neue Welt jetzt bin ich verwirrt äh hallo das geht aber ganz schön tief runter Ähm Ja Ist das Tatsache eine neue Karte? Ich guck mal hier kurz Wir sind in einem neuen Gebiet Ach du Scheiße, das will ich ja noch gar nicht Ich will ja erstmal das Gebiet da oben fertig machen Halt Alter, wie lange geht denn das hier? Ich will doch nur wieder zurück Ah, ich dreh durch Versunkele Ruinen, ja die sind aber sehr versunken